Ich möchte noch gar nicht richtig hingucken. Ich möchte erst im letzten Moment nach oben gucken. Es gibt einen Punkt, an dem wir jetzt extra gehen wollen. Und ich will mir diesen Moment aufbewahren, weil ich es in meinem Leben vorher noch nicht gesehen habe. Jetzt sind wir schon so ein Stopp, genau. No fucking way. Ja. Oh. Oh mein Gott. Ja. Das größte Loch Europas. Das glaube ich nicht.